Sonata Ja meine Freunde was geht ab bei euch X7 am Start am letzten Test Schön zu sehen dich wieder Du kennst den Drill Touch die Schreine Möge deine Finger und sehen was passiert Naja, wir haben heute keinen Montag. Übrigens, hi Frau. Aber im Prinzip ist es gleich. Momentan verschieben sich die Letztests immer und sind nicht immer Montag. Aber willkommen zu einem neuen Spiel. Wir spielen heute Skyforge Reloaded. Und es sieht cool aus. Oh, ich kann mich auch nach hinten bewegen. Und wir werden direkt mit ins Geschehen geschmissen und müssen Gegnerflugzeuge zerstören. Und währenddessen können wir von den kaputten Raumschiffen Sterne einsammeln. Und es läuft echt flüssig und ist cool. Also ich habe nicht mit so einer tollen Grafik gerechnet. Also willkommen zu einem neuen Letztest. Okay, ich passe auf. Bleib wachsam. Ich mag so Spiele. So Spiele habe ich ganz früher mal gespielt. Und coole Stimme. Erinnert mich ehrlich gesagt ein bisschen an, äh, Upgrades. An, wie heißt es? Ah. Mir fällt den Namen nicht ein. An Vainglory, glaube ich. So ein bisschen. So, ich sehe gerade keins. Nein, nein. Ich werde überleben. Wir müssen jetzt schön ausweichen. Und ich glaube, ich greife erstmal das linke da an. Und hoffe, dass das irgendwie kaputt geht. Hilfe! Es macht keinen Spaß, wenn der Text darüber liegt. Das ist gefährlich. Hallo? Die ist böse. Die ist böse, aber wir mussten sterben. Okay, so sieht es aus. Stufe 1. Vernichte 70% der Gegner. Vernichte 100% der Gegner. Rette alle Menschen. Überlebe. Und verletzt. Start. Mission beginnt. Let's go. Sammle Sterne und kaufe Upgrades. Ich hoffe, die, die wir bisher gesammelt haben, zählen auch. Looks like you've lost your plane. Again. Upgrade the new one and find out who's our enemy. Okay. Können wir jetzt schon upgraden? Wow. Wie hübsch. Okay. Habe ich irgendwas gemacht? Ich glaube, ach so, wenn ich so zurücktappe, dann kann ich so kurz pausieren. Da ist ein Mensch. Rette den Mensch. Wie kann ich den Mensch retten? Wie kann ich den Mensch retten? Nice. Wie kann ich den Mensch retten? Kann ich irgendwie... Wie? Wie kann ich den Mensch retten? Ich wollte den Mensch retten. Weapon upgrade. Okay, nice. Ich habe übersehen, dass der Panzer da auf mich geschossen hat, glaube ich. Da ist der Mensch. Oh, okay. Ich muss dann länger da drüber sein. Okay, wenn du mir das nicht erklärst, spiel, kann ich es auch nicht wissen. So, ich brauche bessere Waffen. Wir schießen echt schlecht auf diesen Panzer da. Ich muss den jetzt länger retten. Bekomme Schaden. Oh, das ist gar nicht so einfach, auf das alles zu achten. Ich will die Menschen retten. Ich will keinen Schaden bekommen. Ich will alles kaputt machen. Scheiße. Ich bin in den Panzer reingeflogen. Nochmal, jetzt wissen wir, wie es geht. Okay, cool. Mir gefällt es. Okay, wir machen das jetzt nochmal. Stufe 1. Achso, vielleicht können wir hier schon direkt was upgraden. Hier kannst du deine Sterne ausgeben. Okay. Hauptkrone. Äh, Hauptkanone. Ich weiß nicht, was ich hier lese. Hauptkanone. Bitte warte einen Augenblick. Upgrade abgeschlossen. Okay, wir sind schon besser. Äh, dann machen wir das gleiche nochmal. Mir gefällt es bisher. So, jetzt passen wir besser auf und achten auf Menschen. Und auf die Panzer. Also eben haben wir viel mehr geschossen. Oder viel schneller geschossen. So, den haben wir gerettet. Sehr gut. So, jetzt haben wir das ein. Hey! Diese Flugzeuge sind so schnell. Okay, wir weichen den blauen aus. Diese scheiß Flugzeuge. Wir müssen den Menschen retten. Wo war der Mensch? War nicht ein Mensch, da ist ein Mensch. Den retten wir. Ich glaube irgendwie nicht, dass wir alle retten. Scheiße. So, den haben wir gerettet. Sehr gut. Diese blauen sind so klein. Es ist nicht einfach, denen auszuweichen. Also diesen blauen Raketen von dem Panzer da. Richtig mies, dieses Ding. Da ist noch ein Mensch. Retten. Sehr gut. Alles zu schaffen ist echt nicht einfach. Keinen Schaden zu bekommen. Alle zu zerstören. Alle Menschen zu retten. Oh, da ist noch so eine dickere Maschine. Hui. Nice. Da ist ein Mensch. Den retten wir. Dann sammle ich die Sterne noch ein. Ich weiß gar nicht, ob alles in einer Runde überhaupt möglich ist mit meinen Baby-Upgrades hier. Wir haben ja echt noch schlechte Upgrades. So, das haben wir eingesammelt. Jetzt holen wir den Mensch hier. Perfekt. Das sammeln wir ein. Dann holen wir den Mensch. Ich denke, die Menschen sind wichtiger, als irgendwie Sterne einsammeln. Wobei die Sterne ja cool für die Upgrades sind. Aber wir sind menschlich. Und wollen, dass die Menschen leben. Oh, oh. Verfolgungsraketen oder so. Ich hoffe mal nicht. Wir sind Menschen. Lasst mich in Ruhe. Ich rette Menschen. Ihr Jibbadoo. Ihr Arschkinder. Scheiße. Okay, nochmal. Wir haben 8 von 10 gerettet. Sehr gut. Weiter geht's. Wir machen es jetzt nochmal. Wir machen es so oft, bis wir... Wir haben nichts davon geschafft. Können schon wieder upgraden. Machen wir die Kanone nochmal. Gehen sie dann zurück. Vernichte 70% der Gegner. Rette alle Menschen. Oder sollen wir es erstmal so versuchen, dass ich es einfach mal schaffe? Und die Menschen zurücklasse. Mal sehen. Wir versuchen es jetzt nochmal. Aber mir gefällt das Spiel. Das ist echt nice. Da ist der erste Mensch. So, dann haben wir gerettet. Dann kriegt man so extra Punkte. Das haben wir alles eingesammelt. Da ist das nächste Flugzeug. So, nice. Das haben wir gut gemacht. So. Immer schön ausweichen. Das Rote einsammeln. Hier war ein Mensch. So, das nehme ich. Chain Lost. Das ist nicht so gut. Leider. Wo ist der nächste Mensch? Ich weiß es nicht. Ich will dem ausweichen. So. Gut. Da ist der nächste Mensch. Da vorne links. Den hole ich mir jetzt. Sehr gut. Hier ist noch ein Mensch. Fast übersehen. Da hinten ist ein Mensch. Da ist die Kanone, wo ich kaputt gegangen bin. Oh shit. Da habe ich jetzt was abbekommen. Ein bisschen Schaden. Oh. Das ist gar nicht mal so einfach. Man kann die Türme auch kaputt machen irgendwie. Aber es kostet mehr. Oder das schaffen wir noch gar nicht. Weiß es gar nicht. Hat jedenfalls nicht so ganz geklappt. Das ist nicht so einfach. Und ich übersehe die Menschen irgendwie. Wow. Aber cool. Also ich bin froh, wenn ein Spiel nicht so easy ist. Dass man einfach ein paar mehr Versuche braucht oder so. Das macht Spaß. Das ist cool. Okay. Da hinten haben wir noch zwei Menschen. Und da sind die Hubschrauber. So. Wir sammeln erstmal den hier ein. Jetzt sammeln wir den hier ein. You bitch. Bitch. Diese Rakete. Ich habe sie genau gesehen. Oh. Schon wieder 8 von 10. Wie weit geht denn das Ding noch? Nochmal. Nochmal. Es macht Spaß. Es macht mega Spaß. Scheiße. Wir hätten das Upgrade abschließen können. Ist mir egal. Wir machen jetzt weiter. So. Hier ist ein Mensch. Den sammeln wir jetzt sofort ein. Menschen sind wichtig. Jetzt mal das. So. Da ist was. Sehr gut. Nice. So. Da rechts ist ein Mensch. So. Das haben wir kaputt gemacht. Wir holen jetzt den Mensch hier erstmal. Dann holen wir uns hier die Sterne. Und passen da hinten auf von diesem Panzer. Schießen die noch ab. Sehr gut. Nice. Holy shit ist das viel. Lasst mich am Leben. Ich will den Mensch retten. So. Da hinten kommt diese dicke Kanone. Das gefällt mir nicht. So. Gerettet. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Alles gut. Alles gut. Ich muss diese Kanone kaputt machen. Er hat geklappt. Perfekt. Da hinten ist ein Mensch. Da ist noch ein Panzer. So. Ich glaube der ist fast kaputt. Ich will nochmal Nice hören. Nice. Sag Nice. Sag Nice. Ich werde das Flugzeug noch abschieben. Danke. Nein. Da ist ein Mensch. Den darf ich nicht verpassen. Da ist noch ein Mensch. Junge. Aber wenn wir 8 von 10 hatten eben. Dann wird das Level nicht mehr so lange gehen. Weil nur noch 2 dann übrig sind. Wahrscheinlich. Hoffe ich mal. Alter. Diese dicken Raketen da hinten. Die gefallen mir gar nicht. Ich muss die Menschen retten. 69 Sterne. Wir werden besser. Ich lasse jetzt mal die Menschen sterben. Bei diesen Raketen. Und hoffe. Sorry Menschen. Und versuche einfach mal weiter zu kommen. Mission beginnt. Ich habe schon wieder dieses Upgrade vergessen. Und versuche einfach mal weiter zu kommen. Um zu überleben. Sind es uns die Menschen die wir sonst gerettet haben. Die an Bord sind. Die sterben ja ansonsten auch. Und das bringt auch keinem was. Nice. Sag nochmal Nice. Nice. Danke. Ich weiß dass ich Nice bin. So. Flugzeug. 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 Und 2 übersehen. Wo ist der Mensch? Hier war doch ein Mensch. Da ist der Mensch. So der nehme ich jetzt. Ich meine alles ist ja nicht für unnötig was wir ja machen. Das ist gut also. Wir sammeln ja trotzdem die Sterne. Auch wenn wir die Mission nicht geschafft haben. Was ich cool finde. So können wir für Upgrades sparen. Die uns dann in Zukunft weiter bringen. Mensch. Einer gerettet. Der andere. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht mehr genau auf dem Screen gesehen. Ob wir den auch gerettet haben. So das haben wir kaputt. Hier ist noch ein Mensch. Sorry falls ich zwischendurch ein bisschen leiser rede. Oder so. Weil ich nach unten schaue. Und nicht immer so in Richtung Mikro. Weil ich hier aufpasse. Damit wir so viel wie möglich retten. Und so wenig wie möglich Schaden bekommen. Da ist ein Mensch. Ich wollte nicht auf die Menschen achten. Aber es sind halt Menschen. Arme Menschen. Wir müssen nur gleich bei den Raketen aufpassen. Das ist am gefährlichsten. Bei denen hier. Da müssen wir wirklich aufpassen. Weil die ganz schnell abschießen. So. Haben wir abgeschossen. Jetzt müssen wir es eigentlich schaffen. So da ist ein Mensch. Sehr gut. 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 Das passt. Ich glaube wir haben es gleich geschafft. So weit waren wir jedenfalls noch nie. Ich will nochmal Nice hören. Scheiß Hubschrauber. Ich mach die kaputt. Sehr gut. Oh Gott. Okay. Da ist noch einer. Ich sehe gerade keinen Menschen mehr. Deswegen können wir uns voll auf die Hubschrauber konzentrieren. Da sind viele Gegner. Ich will das Flugzeug noch kaputt machen. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Da ist noch ein Mensch. Den retten wir. Amazing. Oh no. Ich mag so Spiele richtig gerne. Also das ist echt cool. Ich hoffe noch, dass es gerade ist. Ich habe es damals gerade bekommen. Es ist schon ein bisschen was her, seitdem ich das runtergeladen habe, weil ich so viele Spiele zum Testen habe. Also hoffe ich, dass es noch immer gerade ist, falls es einer spielen will. Mir gefällt es. Ich habe nicht aufgepasst. No. So kurz vorm Sieg. Dein Ernst. Wir haben alle Menschen gerettet. Sehr gut. Zählt das jetzt auch? Ist da jetzt so ein Haken? Ja. Zwei Sachen haben wir schon mal geschafft. Wir upgraden jetzt erstmal. Also mir gefällt das Spiel sehr. Ist richtig cool. Man kann auch mehrere Upgrades gleichzeitig laufen lassen. Cool. Und die sind echt teuer da unten. Da gibt es noch viel mehr Sachen. Richtig gut. Und wenn wir alle, ich weiß nicht, ob wir alles schaffen müssen oder ob wir, nee, wir müssen das glaube ich nur einmal komplett abschließen, um dann Level 2 zu bekommen. Das sollte jetzt auch schon gewesen sein. Mir gefällt das Spiel sehr gern. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst ein Like da, wie bei allen letzten Testspielen. Mir gefällt es. Also ich finde es echt cool. Ich lasse mal auf meinem Handy. Auf jeden Fall privat für mich. Sowas ist immer cool. Ich hoffe, euch geht es gut. Wir sehen uns im nächsten Letztest-Video wieder. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.